Ich freue mich, dass ich hier Ola sagen darf. Ich möchte nicht so viel sagen. Ich möchte nicht so viel sagen, sondern ich möchte nicht so viel sagen, dass ich eine Gruppe sprechen soll. Ich möchte nicht so viel sagen. Ich möchte hier ein bisschen anfangs von meiner Erinnerung. Viele von denen kennen mich, aber ich kann mich vielleicht nicht Ola sagen, aber ich möchte ein bisschen erzählen, wie ich sie und wie ich abgeworfen bin. Ich möchte nicht so viel sagen, aber ich möchte nicht so viel sagen. Ich möchte jetzt ein Bild an. Ich habe hier ein Bild von meiner Familie. Ich habe hier ein Bild, wo ich meine Mutter und meine Mutter. Wir haben eine kleine Mutter, das ist ein Jahr in acht Monaten. Und wir haben sie befreit. Und ich möchte mich ein bisschen erzählen. Ich möchte mich von euch vertellen. Aber ich möchte ein bisschen vertellen von meinem Leben, von wo ich herkomme und wo ich ab war und wo ich mein Leben erlebt habe. Ich möchte mich nicht ganz in den Details nennen, aber ich möchte mich ein bisschen erklären, wo ich erlebt habe und wo ich Jesus gefunden habe und wo ich hier bin. So, ich möchte mich ab. Meine Eltern waren in der Traditionall-Community, das ist Ilknia. Ich möchte mich dort ab. Ich gehe in eine Schule, aber ich gehe mal für fünf Jahre in eine Schule und du wirst nicht länger eine Schule gegeben, als bei fünf Jahren. Ich habe sehr wenige Lieder. Ich kann nicht mehr lesen die Lieder, weil ich die Schule tippe. Ich habe wenige Lieder. Und ich habe zwei Siblings. Ich habe eine Säste und einen Bruder. Meine Säste, wie vorher, und mein Bruder, das ist nicht. Und ich war in einer sehr strengen Kultur ab. Kultur, das ist, wo wir dort haben, das haben wir dort. Und ich fühle mich immer depressed. Von jung nach oben war ich sehr viel in Depressionen gelebt. Aber ich sage mal, ich will nicht leben. Und ich will nicht leben. Und von jung nach oben sage ich nicht leben. Aber das jetzliche Dinge fangen wir dort nicht. Ich fangen nicht an uns, wo man wie wir. Es wird keiner, wo du von der Bibel wirst, wo du mal was von Leben wirst. So, ich sage nur, und ich fange dort nicht. Und wenn mein Teenager-Leben anfängt, so, ich dachte so, wir würden einen Boyfriend haben. Und wenn ein Boyfriend dann, dann würde er mal mutig sein, dass es dem Jahr und alle sein und leben haben. So, da denke ich, ich finde es schon, aber das hier sollte nicht leben werden, würde ich sagen. Das hält das nicht. So, ich will noch mal sagen, Jungs, das ist ein Boyfriend, und so, dann habe ich, für das Abendsjahr, eine Idee, dann einen Abend, dann gehe ich in den Punkt, dass er wieder dort gekommen ist. So, da habe ich das einzige Idee, wo ich noch mein Gold habe, und die Höhle, und wenn ich mich dort fange, dann würde ich mich, meine Welt wird weg. Das ist für mich. So, das fange ich nach, und wenn ich dort fange, dann fange ich mich. Dann ist alles einfach, da habe ich gesagt. Und wenn ich dort den Funkel kriege, dann kriege ich einen Stroke beim Verstand, wo mein Verstand dort nicht handeln kann, dann kriege ich einen Stroke, und dann bin ich mit dem Tag, dass ich einen Tag bescheuere, so der nicht in Kür verwirr. Sie sehen, Sie können mich vielleicht nicht mehr unterhalten, aber ich habe viel mehr nachgedacht, sodass mit der Doktags Hilfe nicht mehr zu tun ist. Ich war so weit weg, ich konnte für viele Tiden der Sonne nicht mehr sein, ich war so sehr viel Unconscious, viel Unbesinnung, und so ist es, mein Leben wird bloß voll sich so, wie es alles dauert. Und über dem fand ich Jesus. Ich traf mich auf meine Note, ich habe mich von ihnen vertelt, und ich traf mich. Ich habe nur ein paar Monate, und mein Leben änderte ganz über die Krankheit, wie ich war. So, nun war es eine Zeit, bevor ich auch mit dieser Krankheit gelebte, und ich hatte keine Aufmerksamkeit, dass ich mich dort verbunden habe, aber dann sah ich meine Pastoren, die lachen uns an für ein Service, und wir fanden die Hand, aber ich konnte nicht mehr und ich habe auch mit dieser Krankheit gelebte, sondern ich habe mich nicht mehr als ich mich in der Zeit verstanden. So Gott hat ein Gründer von Neue in meinem Leben. Und ich habe mich auch emotional, die Höhlen von meinem Leben in der Stadt. So Gott hat mich weitergelegt, und Gott hat große Dinge in meinem Leben in meinem Leben. Und ja, wir erleben Dinge, die uns nicht schön geht. Aber ich habe immer wieder gesagt, immer wieder gesagt, dass ich nicht stoppe. Wenn ich das erlebt habe, dann kann man sich dann auch wieder an mich. So, als ich krank bin, ich denke, dass ich mich nicht befreie, weil ich das nicht befreie, weil ich das nicht befreie. So, aber dann nur das, was ich dann nicht gehört habe, wie ich dachte, dass ich aufhange zu beten für den Boyfriend. Und ich fange an zu beten für den Boyfriend, dass er, ähm, die Leute haben von Gott, dass er wollen, von Gott zu tun. Und ich habe keine solle Persönlichkeit, dass ich so gleiche Menschen zu halten und zu tun. So, da bete ich für Gott, wovon Boyfriend ich will. So, und ich fange dann. So, in der besten Zeit, wo ich geholt werde, dann fange ich den Boyfriend, wo ich dann noch freie und da. Und wir sagen, wir fangen jetzt an zu befreien. Und nun zwei Jahre, wo wir befrieden werden, und dann fragte ich meinen Mann, ich sage, kann ich beden, für Mjölkje? 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 Die Tilskarte sagen, wofür Mjölkje? Ja, ja, sicher, du kannst. Okay. Und dann, ja, ich fange an, für Mjölkje zu beden. Und, you know, wo ich bin? Das soll outstanding sein. Das soll routine sein. Und das soll was Bescheid kriegen im Leben. You know what? Das soll was Bescheid kriegen im Leben. So, ich schreibe das ab. Wofür Mjölkje? Die Tilskarte sich nur, dass ich begrenne, und dann lasst er die Figuren aus, wir haben Mjölkje. Und dann stehe ich geboren wieder. Und dann hatte ich, wie ich bin, was hat mit mir ein Kapp, und das ist kein Keksikram. Und das wird wach. Und dann hab ich, so, oh, hier stopp mir, ja. So, das war schön. Und das war schön. Das war toll. Das war schön. Das war schön, das war schön. Einmal ein Kniebosch, nächstes Mal dann zu der Messe verdrungen, alle wegen Kripsen ab, so ich habe so einen Ausdruck. Aber ja, ich weiß das, ich stelle mich für ein Gott, dass die Kinder mir smileen und sagen, diese Frühe hat sich für so ein Kind zu beden, wo du es erst abdrehen, weil ich immer im U-Hilfe habe alle Hände aufgedreht, aber dann stelle ich mich für ein Gott und dachte so, aber wir fehlen so einen Menschen. Wir fehlen so einen Menschen, die unsere Däge aufgerufen und die Welt über die Karte drehen, so wenn du es abdreht, dann geben die Däge. So, das habe ich gemerkt, was Gott gedacht hat. Aber anyway, mein Husband, ich habe ein Bild mit euch zu fragen, er ist ein Informer und er hat gleich seine Arbeit zu sehen. Und wir drehen in der Kirche, wir drehen im Bett und im Worship-Team und wir drehen so einen Menschen ohne Läden im Worship. Es gibt eine sehr schöne Arbeit, mich interessiert das auch. So, das ist mein Verlangen, dass ich von Menschen mit Gott knacken kann. So, das ist, wenn ich im Dorf und ich das nicht beschäftigt habe, dass die Menschen geknackt, dass sie mit Gott in eine Gemeinschaft kommen können, dann habe ich das gemacht, was Gott mich beraten hat. So, das ist, was Gott mich hier hat. Ich sehe Menschen, ich merke viel, und ich sehe gerade durch die Karte, und durch das kann ich hier sehen. So, wir wollen ein bisschen mehr vertellen, woher ich hier sehe. Und dann, ich höre, ich lasse meine Gräte und dann, ich kenne mal so eine Zeit, ich predigte mir selbst in meinem Kopf, und das sagt Gott, und das sagt, ich denke, wow. Okay, dann hielt ich erst mal fest. Gott, das sagst du? Wirklich? Sonst habe ich nicht mehr. Und dann predigte ich mir, ah, Mann, hey, das ist doch der Fall. Ich gehe ab, mit irgendwelchen. Jetzt will ich mal hören, was Gott sagt. So, so interessiert mich. Dann dachte ich so, Mann, das fühlt gut, die Schärin. Aber ich fühle mich immer so, wenn ich bloß für mich hält und in mich steckte, dass ich immer so sage. Dann dachte ich so, oh Gott, woher? Wo soll ich das Schärin? You know what? Nächsten Tag fand ich Pastor Eben, die Frau sagte, ich will auf Konferenz kommen, zu sprechen. Und ich, oh. Okay. Oh Gott. Ich habe fast vertreuert. So, ja. So, du wirst eigentlich hier. Ich habe Gott verspricht. Ich will hier kommen, dass ich mitgebracht habe, was mir wichtig geworden ist. Und dass ich mitgebracht habe, dass ich mitgebracht habe, dass ich mitgebracht habe, dass ich mitgebracht habe, dass ich mitgebracht habe. Ich will froh, was wir erst in der Bedeung, und dann, was wir wiedergucken in meinem Thema. Dankeschön, Jesus, dass du hier bist und Dankeschön heller ist, dass du lehrst. Und ich froh dir bloß, dass du meine Tungen nehmen und dass du meine Tungen nehmen, und dass du meinen Niemann nehmen, dass ich mitgebracht habe, dass diese Frau, die du verstehst, in der Nähe, wo du fühlen bist. Ich ber, feld mich und dass ich so reden, was du hast. Im Namen von Jesus. Amen. So, mein Tumor ist, Gläuven, ob wir uns ungeschmiert fühlen. Believe even when we disappointed. Wo viele von denen sind Pferden? So ungeschmiert. Ich fühle uns ein bisschen ungeschmiert, nicht? Und ich sind Pferden sehr, sehr disappointed gewesen. Disappointed über Menschen. Ich fühle mich so ungeschmiert, dass die mich überhundert haben, und ich dachte, ob wir uns nicht wissen. Ich bin ungeschmiert gewesen, wie Gott. Ich fühle mich daher, dass ich bete und Glauben gehöre. Hier selber. Ich kann mir Färden ungeschmiert gefallen. Ich fühle mich so, wie es um den 4. Proben ist, dass ich unten drüber bin. Ich fühle mich so, dass es etwas schwindet wurde. Ich fühle mich so, dass es etwas schwindet wurde. Ich fühle mich so, dass es etwas schwindet wurde. Ich bin für 7 Jahre alt. Ich weiß nicht, dass der Crash passiert. Ich kann nicht glauben, was es passiert. Ich fühle mich so ungeschmiert. Ich will nicht reden, über wo ich mich fühle, aber ich fühle mich so ungeschmiert. Ich fühle mich so ungeschmiert. Ich weiß nicht, wo ich nicht bete. Für mich bete ich noch etwas fehlt. Ich sage nur, dass ich alle die Verweiden und all die Päne, die ich für die Menschen bete, in der Verweiden sind. Ich sehe nur Goud. Ich will selbst sein. Für mich bete ich nur, dass ich für die Menschen bete. Ich werde nur für die Menschen bete und in der Verweiden sind. Und dann fühle ich so, dass ich nicht mehr so ungeschmiert bin. Hier werden vielleicht alle davon gesprochen. Hier werden vielleicht etwas in meinem Leben überlebt haben, wo ich mich nicht mehr so ungeschmiert bin und es nicht mehr so ungeschmiert bin. Ich glaube, dass ich es nicht mehr so ungeschmiert bin. Ich glaube, dass Johannes 10.10 sagt, Du stelle es, du kommst, den nicht zu bringen, und den Grund zu schenken. Woher es, du kommst, den Leben in einem Leben voll abgeben. Was ist, du kommst, den Leben zu geben. Ich habe den Falle geglaubt. Gott ist, du kommst, den Leben zu geben, und den stelle Welt zu einem Grund zu bringen. Aber ich fühle mich dann, ich fühle mich so ungeschmiert, und ich wusste gleich, was du von dir zu verteilen. So, ein Uhr, dann verteile ich mir Mund umbett von, und dann sehe ich, ich fühle mich so ungeschmiert, ich weiß nicht, wie das so sein soll. Und ich sehe, ich kann das nach allem nicht töten, weil Gott nicht mehr kann, dass ich nicht mein Mann gestoßen möchte. Wo ist das bloß? Und dann sehe ich nicht viel, aber ich fühle mich besser, wenn ich davon gesprochen habe. So, und dann sehe ich mich so, wenn ich mich aufrufe, wenn ich mich so sage, okay, so etwas ist, dass ich mich aufrufe. So, ich fange an zu beten, denn ich höre auch für lange, dass ich sehe, ich bete bloß für die Menschen, die sie wollen, und Gott wird heulen, und ich will auch nicht noch für mich irgendwo beten, weil das ist nicht wichtig. Und dann schaue ich, ich bin einfach ein bisschen dabei, so wie ich immer wieder fühle mich aufrufe. Wenn ich mich aufrufe, wenn ich mich nicht gut anfange, wenn ich mich aufrufe, wenn ich mich aufrufe, dann gehe ich aufrufe. Ich habe mich aufrufe, Okay, Gott war, ich arbeite mich da, ich bin auch nicht, also ich bin, Gott wird es noch nicht lange, aber nicht. Anyway, dann, ich habe mir die Angst, und ich habe mich aufrufe. So, ich hör, wie im Derschei war, und ich war im Koffeeshop, wo ich gerade in diesen ADN-Post bin, in meiner Küche. Und so ein Koffeeshop war mir, und ich kam nach dem ADF, so ich wollte mich nicht tun. So, ich war gut in diesem Koffeeshop. Ich dachte, ich weiß nicht, was du warst. Aber Gott weiß, was ich in diesem Koffeeshop war. So, ich sagte Gott, das war so ein Koffeeshop, wo ich gerade in diesem Koffeeshop war, und ich habe bis der Spass, und so ein Koffeeshop, und ich sagte, was ist mir zu geben? Früher, ich sagte, Gott kann. Aber ich sagte, was ist mir zu geben? Und dann war es, das war es auch noch. Und ich ging in Samen, in Gruppe, und ich hatte auch immer wieder ein Jahrzehltal auf anderen Städten. Normalerweise versuchte ich mich an Tension, aber ich dachte, ich habe 30 Jahrzehltal schon vor. Und dann sagte ich, ich habe schon wieder ein Jahrzehltal. Und ich hatte das Jahrzehltal, und das war der Job. Das war gerade bei Inches. Gerade, gerade, gerade so. Als was ich früher. Und das war so, ich will da hinweisen, da könnte ich mich dann selbst abwerfen, ich will meine eigene Kleine. So, ich krieg den Job. Und dann wollte ich nach Kragelsich, vor ich bin im Stiefenhafen, und dann, ich war bloß so, ich sagte, Gott habe mir in die Bede hier den nächsten Tag, halte ich meinen Job zu tößen. Ich war so entspannt, vor ich bin im Stiefenhafen, und dann sagte ich, Gott, wo steht hier oben? Ich sehe wirklich, ich sage, ich bete für das, Ich hatte mir in die Heile, ich habe mir in die Hand gelegt, und dann, das war so viel, ich weiß ja, das ist ein Mensch, das war so viele Dinge, das sind Menschen, das sind so viele Dinge, das sind, das sind so viele Hügel, das ist mir das nicht komplett, ich bin das fünf, ich bin das nicht und vieles. Ich bin das nicht, ich bin das. Ich will das so wie ich kann als Fohra. Ich hoffe, ich habe meinen Fohra. Ich hoffe, ich habe einen älder, was ich heute? Ich hoffe, ich habe einen älder, und ich habe einen älder, wie heute. und die ist der eigene Welt für ihr. Das war hier auch so, dass es mir auch so untertitelt. Ich brauch mich ein Mittel, an ich wäre auch nicht gewesen. Hier ist erpage Rogers, wo ich mit dieser Mensch kam. Ich habe vergessen die ganze Mensch kam. Ich glaube, dass ich nur drehe, dass ich mich nicht isoliert habe. Ich will aufhören. So, das fühlte mich. Ich fühlte mich vor. Das war ein Klimatriebe. Grüß Gott. Ich habe noch ein paar Messagen, wo man nicht befreit hat, aber es gibt vielleicht gefährliche Berühungen. Aber ich hatte etwas zu beenden. Ein Punkt war, dass ich mich nicht befreit habe. Ich habe mich nicht befreit. Aber ich habe mich nicht befreit. 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 Wir sind beim Menschen. All Crash testen. Ich habe mich nicht befreit. Ich bin des Ge Ziels. Ir so Cai 200 Meter. Ich bin der Verrä безопас. Es gab Wissen. So, ich habe mich nicht befreit. Ich habe mich nicht befreit. Ich frage mich. Ich habe mich, dass mich jetzt für seine Zeit gespann. und ich fang und da leute Heulen von wo ich mich so ungeschmert gefüllt habe. So, ich höre hier ein paar Dinge, wo ich sage, was wir viele Mal tun. Wir proben Dinge zu verstehen, wenn wir uns ungeschmert gefüllt haben. Wir proben bloß, wo wir uns zu schaden, wo wir uns zu können, wenn wir uns ungeschmert von Gott haben, wenn ich dort nicht noch wo bin, oder ich will Gott dort sein, dann fällt Gott sich auf einmal noch leicht, weil ich gesagt habe, ich habe mich ungeschmert, und habe nicht auf irgendetwas gestoppt, wo ich gedacht habe, wo ich so soll. So, wir proben bloß, alle Dinge zu verhindern. Das war, wie viele Mal tun. Und unterdenken, wenn wir im Himmel etwas besser sind, wenn das hier auch alles ist, wenn im Himmel etwas besser sind. You know, was dort war, und wir freuen uns zu tun. Aber fährt uns erst dort, wenn wir dort sagen, wie Wellen in der Stadt bleiben, wo wir sind. Wir denken gleich, dass Gott sich nach Wellemann zu kommen, und wir denken bloß, und okay, dort wird alles putzen, du warst das nicht an uns kommen. Man muss dort sagen, wie viel uns ist dort. So, wir freuen uns dann im Himmel, aber man muss dort sein, als viel. Okay, ich expect hier nicht, wenn ich bloß durchsahne, nicht zu gehen. Aber wir proben, an uns ütter zu studieren. Okay, Gott schochen, die haben da auch nicht mal so. Und heute wird sich, heute ist schon ein Winner, und das ist auch gleich für uns. Probe an uns ütter zu studieren. Und das ist auch gleich für uns, dass wir während der Band bleiben bleiben, ein anderes Bubble, wo man wieder an der Band sein kann. Das ist ein Ding, was wir fehlern machen. Und das ist auch gleich für uns. Und das nächste Ding, wir wollen fehlern nicht, Gott freuen, nur Dinge, wegen wir wollen uns nicht ungeschmert. So, wir wollen gerade nicht freuen, wegen, wann ich nicht vor Frehern, an der Krieg, nicht, oder bei Altan, da hat man mich ungeschmert. Wir wollen uns segnen, wir wollen uns nicht, dass wir die Frage bringen können. Dass wir die Frage bringen können. Dass wir die Frage haben, was wir sagen können. Wir sagen, dass wir die Frage haben, wir sagen, wir sagen, wir sagen, wir sagen, hier haben wir heute unter dem Gehsieck von Thomas. Das muss mir nicht sagen, dass wir das lesen haben. Anyway, Thomas, das betrifft uns, dass wir uns anstehenden. Thomas, das ist anstehenden, ja. Ja. So, aber Thomas wird da, wo Jesus kommt, und er wird alles. Er sagt, er sagt, Thomas wird da, er kann nicht glauben, vor er in der Lage war, vor er in der Lage war, vor er in der Lage war. Und er sagt, wir sollen glauben. So, wir sollen nicht glauben zu Thomas, aber wir wollen anders sein zu Thomas. Viele mal im Hort haben wir das eine Wehöl. Im Hort, wo wir eine Wehöl Gott beutet zu sein, wo wir feulen, wir feulen uns im Hort, ganz ungeschmerten, konfusen, wir proben, von allem, wegen dem Stich, wir wollen uns nicht nach Hause mal proben, dass wir irgendwo ungeschmert wurden. Dort sind halt Gott. Und Thomas, heißt 3, wo Jesus sich umbohren wird. und dann kann er sich, kann er gehalten werden, dass er da ist. So, wer wir glauben, so ist ein Kind, aber wer wir trühen sind, so ist Thomas wir. Sag ihm, weil ich, ich verstehe das nicht. Gott, ich kann diese Situation nicht verstehen. Ich weiß nicht, wo das ist, wo ich bin. Ich kann dich nicht verstehen. Und wenn ich, im Frühjahr gott, wasch mir heulen. Wasch mir heulen, von dem werde ich nicht verstunken. Von dem werde ich mich so ungeschmert voll. Und dann läuft das los. Ich sei ja viel heftig. Wasch auch nicht sag ich. Geh dich nicht so aus echten, in gynä weh, seit nicht so aus meiner weh, sagte Herr. So viel Herr hier aus dem Himmel, über die ihr ist, so viel Herr hier seit meiner weh, aus gynä weh, und es mein Ding, aus gynä weh. So, wenn wir nicht verstehen können, stopptet und er diesen Farschen sei. Er konnte nicht verstehen. Gott, deine Gedanken sind heils meine Gedanken, deine weh sind heils meine. Ich weiß nichts von, wegen dem Wort es so aus wie es ist. Aber was du mein Heul und was du mit mir tippen? Fang an, für Dinge zu beten. Bet, wenn du dich auch so ungeschmiert hast, du denkst, dass du für dieses Ding betest, dann passiert die Nerven, und ich bin so ungeschmiert, bet, bet für ein frisches Ding, fang und verniert, denk dir beten. Bet für dich, für something, bet für den anderen, für something. Something klingelt, something grotet. Und dann, du denkst, du denkst, du denkst, Gott wird ihn nicht reichen für ihn, der Einzige gesagt, wen wollen wir dort nicht wählen, wir wollen uns nicht ungeschmert wählen. Aber Gott, aber wir wollen viel messen, wenn wir nicht wählen. So das hat einen Grund, der unterscheidet mich in meinem Leben. Gott wollte mich nicht rechnen, wenn wir nicht viel wählen, aber ich wollte viel messen, wenn wir nicht wählen. Matthäus 7, 7, sage ich, ich werde das hier jetzt absägen. Matthäus 7, 7, sage ich, freio, in dem, was wir geben, war ein Sieg, in dem, was ein fein klappt, und in dem, was aufgedacht wurde. So viele Mal, wegen der Unschmierungen in unserem Leben gehört, wir hören, du auch, mein freio, und dann, auf einmal, dann können wir uns miserabel bequessen, und wir wollen nicht mal sehen, und wir können nicht mal mit der Frucht rüttet uns, was du mal essen, und wir freuen uns nicht mehr. So, wenn wir eben, glauben, was wir uns angeschmiert haben, wenn wir tregen, und wir freshen, was freuen, wenn du nicht geschaut hast. Wenn wir glauben, zu viel freuen, was alles messen. Ich sage, ich will nicht in den Himmel kommen, so in den Schelfstolen volllegen, wo Gott alles hat, für Versignungen geben, und er kann bloß, ich kann mich auch immer ungeschmiert, nicht bedenken, für nichts mehr. Ich denke so, so, nein, das wäre nicht so. Okay, wir haben uns hier ungeschmiert, aber wir haben uns für das, gefrehen, und Gott will uns segnen, Gott will uns beschehen. Und wenn wir nicht beden, dann, Gott schafft euch, wir freuen, dann. Gott wird uns nicht vermitteln, wenn wir nicht beden, dann kann ich nicht schaufen. Ich will mal sagen, wie wir im Wort verhangen, und all die Kinder da und so, wenn Gott ein leifender Gott wird, wird dir das auch folgen. But you know what? Gott braucht mich in dir. Gott ist das, wenn wir frei haben. Gott ist das, wenn wir Menschen, und wir sind in den Sinn, wir sind optimistisch. Das Welt ist für Dörren. Wir haben die Autorität, die sind, und das Welt für Dörren wird. So, Jesus kam zum Neutrück heute, und er ist, ein guter, und er ist ein Gentleman, wie wir hier ansehen. Er stammt nicht nennen, weil wir ihm nicht frei haben, wenn er dort ist, weil er das angemacht hat. So, er will haben, wir sollen ihm frei haben. Und er wird noch kommen, diese Welt aufrehen, mit allen Schlechten. Und er wird uns ein Haus holen. Aber er kann, ab bis jetzt, kann er schaufen, du, wie wir ihm nicht lachen. Und er wird nicht bloß kommen, alles übernehmen, die ganze Welt übernehmen, weil wir nicht frei haben. Und er wird nicht frei haben, weil wir frei haben. Und er wird noch, mit allen Schlechten, die Dinge deal, und du frest mich. So, wir haben etwas anderes, zu tun. Eigentlich, ich war für ihn, zu beten, und wir werden auch schön für Menschen beten, aber wir werden noch viel schöner, wenn ich ihn konnte, mit Gott connecten, dass ich selbst mit ihm erfahren kann, und selbst mit ihm reden kann. So, ich würde gleich, dass ich mit ihm,